Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Transport Fever. Ich habe neu angefangen, ihr seht das Let's Play 2, weil das alte, irgendwie bin ich nicht mehr zufrieden gewesen. Also nur noch Minus gemacht, wir waren schon ziemlich weit in der Zeit vorangeschritten und hatten eigentlich nichts erreicht. Also habe ich mir gedacht, fange ich mal neu an und versuche mal das, was funktioniert hat, in das neue Spiel zu übernehmen und auszubauen. Und wenn ihr euch erinnert, in dem anderen Spiel hat am besten funktioniert, durchweg am besten war die Passagierverbindung mit Postkutschen von A nach B, also von einer Stadt in die andere. So, wie kann man Postkutschen von A nach B optimieren? Indem man Züge draus macht, habe ich mir gedacht. Also habe ich hier einfach mal zwei Städte per Zug miteinander verbunden und fahre von A nach B Passagiere. Und in den Städten dann die Passagiere vom Bahnhof überall hin. Weil ich mir gedacht habe, irgendwie müssen die ja auch, also der Bahnhof hat ja nur eine bestimmte Einzugsreichweite, also muss ich irgendwie die Passagiere auch in die restlichen Teile der Stadt bringen. So, und jetzt sehe ich hier gerade, hier hinten kommt zum Beispiel gerade nichts mehr hin. Also, machen wir doch hier mal so ein paar neue Straßen. Was sind das jetzt hier? So, zack, 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 und plump. Und da bringen wir jetzt wieder Haltestellen unter. So, und zwar hier eine, hier eine, hier eine. Dann nehmen wir uns diese Linie, Riesa, und gucken mal nach dem Marktplatz, fügen wir neue Haltestellen hinzu. Und zwar diese, diese, diese. Nehmen mal den... Also, wie hin, das kommt Heideweg. Ne, Moment, das ist, funktioniert so nicht. Äh, machen wir das mal Pause. Alles entfernen. So, und dann fangen wir nochmal von vorne an, diese Linie zu bauen. Und zwar, wir starten hier oben. Fahren. Dann hier hin. Ach so, das ist auf der Seite. Ja, ist doch richtig, fahren hier hin. Dann fahren wir hier hin. Von hier fahren wir nach hier. Nach hier. Und nach hier. Die machen wir mal auf der Seite. Und das Ding machen wir weg. Brauchen nicht zu viele. Und dann machen wir nach... Äh... Nach dem Wichenweg fahren wir hier hinten noch Birkenstraße an. Wichenweg. Birkenstraße. Und dann Berliner hier runter. Und dann hier wieder... Hier wieder hoch. Und nach der Jahnstraße können wir ja nochmal hier vorbei. Zack. Und dann, genau. Und dann fahren wir hier oben hin ans Ziel. Und um es zu vereinfachen, können wir ja hier noch... Okay. Hat es funktioniert? Ne, es hat nicht funktioniert. Äh, ich wollte jetzt hier noch eine Haltestelle auf die Seite machen. Genau. So. Jetzt ist das ein besseres... Besseres System. So. Und das, diese... Jetzt mal raus hier. Diese Haltestelle hier müsste doch... Genau. Die hat hier hinten das. Die hat hier hinten das. Hier unten. Die hat das hier unten. Die hat das hier drüben. Okay. Haben wir alles. Okay. Können wir wieder starten. So. Ne. Also verteilen. Wir verteilen einfach die Passagiere hier so in der Stadt. So. Und was ich noch machen will. Ich will natürlich... Die Stadt ist jetzt momentan nur auf der Seite von der Schiene. Ich will die gerne noch hier drüben haben. So wie ich jetzt hier auch schon angefangen habe. Die Stadt hier. Die war auch quasi nur hier oben. Und die habe ich jetzt hier schon angefangen nach hier unten zu... Zu expandieren. Oder expandieren zu lassen. Das funktioniert auch ganz gut. Also ihr seht. Ich habe jetzt schon den zweiten Zug mit vier Anhängern. Finanzentechnisch sieht es... Halt. Wo ist es? Hier. Sieht es nicht schlecht aus. Also wenn ihr euch das anguckt, wie viele Ausgaben wir hier hatten. Oder wie viele Ausgaben wir hier hatten. Ist das okay. Also ihr braucht ja bloß hier gucken. Der Ertrag ist hier bei knapp minus 10k. Und hier bei 150k plus. Also rein daher machen wir Ertrag. Und ihr seht Passagiere 40 von 40. Wir könnten sogar 50 mitnehmen. Da müssten wir halt nochmal einen Hänger da ranhängen. Der kostet... Passagierwagen. Der kostet 155k. Das könnten wir uns sogar leisten. Aber ich wollte jetzt erstmal gucken, wie lange wir... Also weil ich habe nochmal Darlehen aufnehmen müssen, um diesen besseren Zug zu kaufen. Ich würde jetzt gerne mal gucken, ob ich das Darlehen irgendwie erstmal zurückgezahlt bekomme. Einfach um die Zinsen wieder zu senken. Aber ihr seht also... So wie es bisher aussieht, wenn ich jetzt nicht total die groben Mist baue, müsste dieses System mir eigentlich Gewinnen erwirtschaften. Die Zinsen sind halt ziemlich hoch. Hier haben wir 73k minus gemacht. Aber guckt mal, was wir hier alles an Baukosten hatten. Was wir hier gebaut haben. Und dieses Jahr sieht es ja jetzt schon ganz gut aus. Also der Zug hier, der macht ganz gut Gewinn. Aber ihr seht, überall sind noch Passagiere übrig. Das heißt, wir können auf jeden Fall eventuell gleich noch einen Waggon anhängen. Wir müssen mal gucken, ob wir jetzt hier... Hatten wir 10 übrig? Richtig. Das heißt, wir müssen jetzt hier wieder auf 50... Ne, wir müssen jetzt auf 60 kommen. Knapp. Bevor der Zug da ist. Damit es sich lohnt, äh... Ungefähr, wie mein Daumen, vielleicht so 55. Damit es sich lohnt, dass der Zug noch einen Waggon bekommt. Weil wenn das natürlich nur die Passagiere in Anführungsstrichen regeneriert, die abgeholt werden, dann ist es genau richtig. Also nicht mehr abholen, versuchen abzuholen, als da sind. Und auch nicht viel weniger. Also hier muss man wirklich... Ich habe festgestellt, hier kommt es wirklich aufs Feingefühl an. Dass man halt wirklich schaut, ähm... Dass man nicht mehr versucht zu transportieren, als da sind. Aber auch nicht weniger, weil so viele wie da sind, sollte man natürlich transportieren, einfach um den Gewinn zu maximieren. So, und diese internen Verbindungen hier, die sind nicht da, um Gewinn zu machen, sondern wirklich nur da. Damit hier am Ende des Tages mehr Passagiere am Bahnhof stehen. Ja, ihr seht das ja, es stehen so ein paar. Ähm... Die dann abgeholt werden können. So, was wir jetzt hier natürlich nicht bedacht haben, ist, dass wir hier die zweite Schiene noch setzen müssen. Das machen wir jetzt mal, bevor wir hier weiterbauen. 17k, so, zack. Der kriege, der geben wir natürlich auch direkt Signale. Zack. Okay. Und ansonsten, die Städte wachsen natürlich auch von alleine, aber wenn ihr, wenn ihr mal schaut, also die dünnen Wege hier, diese ganzen dünnen Wege hier dazwischen, die habe ich gesetzt. Bis auf den, den hat das Spiel gemacht. Ähm, und das wurde dann einfach aufgefüllt, ne? Also hier war, hier war nichts hier dazwischen. Das war so ein, die Stadt war hier so um diese... Ne, Moment. Wie war das? Hier diese Straße gab es irgendwie schon. Und hier gab es schon so grob eine Straße. Und ich habe das halt dann immer einfach erweitert, erweitert, erweitert. Und noch ein paar Straßen dazwischen gepackt. Ich denke mal, hier, das sind zu viele, zu viele Haltestellen auf einem Fleck. Das ist halt unnötig. Man müsste eigentlich... Jetzt mal gucken. Die fährt da lang. Und die fährt da lang. Das heißt, diese Haltestelle hier ist vollkommen für einen Pupser. Die wird eh nicht angefahren. Wo ist sie denn? Zack. Weg damit. So, die Haltestelle hier hinten ist eigentlich hauptsächlich dafür da, dass hier noch mehr Leute tatsächlich hinkommen. Und ich finde hier, die Ringstraße ist auch zu nah am Kiefernweg. Die könnte eigentlich auch entfernt werden. Weniger Haltestellen. Also man muss halt ein gutes Gefühl dafür entwickeln. Weniger Haltestellen bedeuten weniger Wartungskosten. Ihr müsst aber halt gucken, dass ihr trotzdem die Leute gut abgedeckt ist. Dass ihr nicht irgendwo Leute stehen lasst. So eine Haltestelle hier hinten sieht jetzt erstmal vollkommen sinnlos aus. Aber das ist einfach dazu da, dass wenn das hier wächst, dass das halt wirklich dann auch hier immer weiter wächst und wächst und wächst. Ihr seht ja hier, das habe ich zum Beispiel auch nicht gemacht hier hinten. Das ist jetzt alles vom Spiel generiert worden. Und ich versuche das Spiel dann immer so ein bisschen zu unterstützen. Indem ich dann einfach auch so ein bisschen Straße mache. So. Zack. Zack. So. Jetzt können sie da wieder reinbauen. Oder hier. Naja, hier baue ich mal nicht rein, falls ich den Bahnhof irgendwie erweitern will. Aber ihr seht, also hier warten es jetzt über 70 Personen. Also wir können diesem Zug dann definitiv gleich noch einen Waggon geben. Zumindestens hier was, äh, was Ueckeritz angeht. Gucken wir uns mal noch an, ob wir hier in Riesa noch ein bisschen optimieren können. Ob wir zum Beispiel hier eine Straße reinbekommen, ohne was zu zerstören. Ne. Äh, hier ist der Bahnhof. Und ich würde halt gern... Ist halt blöd, wenn das hier hinten so... Hm. Kriegt man... Man kann doch dem Bahnhof auch zwei Ausgänge geben. Zweiter Straßenanschluss, ja. Seht ihr, in beide Richtungen wäre der dann. Okay, kann ich denn, ähm... Den Bahnhof hier vergrößern? Aufrüsten. Zweiten Straßenanschluss machen. Anwenden. Ne. Es war jetzt teuer, ne. Aber jetzt haben wir hier drüben auch einen Straßenanschluss. Und jetzt können wir, ähm, einfach hier so ein bisschen... Bisschen, auch noch ein bisschen Straße, äh, setzen. Huch. Warum macht er das nicht? Jetzt. So. Und ihr werdet sehen, da werden sich, äh, Leute ansiedeln. An diesem Ding, was ich jetzt hier baue. Da werden sich Leute ansiedeln. Ihr werdet's sehen. Ähm, das Problem ist, dass die beiden Sachen nicht miteinander verbunden sind. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, ob die Leute halt hier einfach durchgehen können. Ich denke aber mal schon, dass die hier einfach, äh, rübergehen können. So. Der Zug kommt schon zurück. Es sind erst, es sind erst knapp 40 Passagiere. Also vielleicht doch kein Waggon. Zumindest noch nicht. Weil hier in, in Riesa das noch nicht, äh, noch nicht so weit ist. So. So. Und ich denke jetzt mal, wenn der Zug Passagiere 0 von 40? Wieso das? Warum denn 0 Passagiere? Was ist jetzt passiert? Da war jetzt irgendwas komisch. Der ist jetzt leer gefahren. Ich weiß nicht warum. Also genug Passagiere stehen hier drüben. Also es hätte, also es könnte noch ein Waggon ran. Aber jetzt müssen wir natürlich, weil der einmal leer gefahren ist, das hat natürlich jetzt ziemlich viel gekostet. So, aber merkt euch mal vor. Hier oben war nichts, ne? Also das, das habe ich ja jetzt quasi ergänzt. Das können wir uns mal merken. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal, ob wir hier noch eine Straße hinkriegen. Achso, wir sind noch im Minus. Weil der leer gefahren ist. Hier müssen wir auch mal gucken. Also hier hinten ist noch nichts passiert. Hier ist ein bisschen was passiert, glaube ich. Hier ist noch nichts passiert. Hier ist noch nichts passiert. Da müssen wir einfach mal schauen. Sie ist sofort im Minus, ist klar. Weil der halt leer gefahren ist. Und ich weiß nicht warum er leer gefahren ist. Genug Passagiere stehen da. Zack, 40 eingesackt. So, vielleicht wächst aber Ökeriz auch nicht, weil halt nicht genug Passagiere abtransportiert werden, ne? Das muss man halt auch immer gucken. Also es wächst ja auch nur, wenn mehr Passagiere reinkommen und mehr rauskommen. Das heißt also, wir machen jetzt mal hier diesen kleinen Weg, den ich vorhatte. Ne, nicht bis da ran. Nur so, nein, nur so bis kurz da, kurz davor. So, jetzt können wir hier unser Bus-Depot quasi zubauen. Das wird so wahrscheinlich hier auch noch nicht bebaut, weil halt noch nicht mehr Passagiere transportiert werden. Aber das machen wir gleich. Also es sind, es werden genug generiert. Das heißt, sobald der jetzt, der Zug hier die abgeliefert hat, schicke ich den ins Depot und hänge dem noch einen Waggon ran. Ich hoffe, dass das Geld dafür reicht. Was kostet der Waggon? 155.000. Gucken wir mal. Zack. Haben wir nicht. Okay, dann lassen wir den noch mal fahren. Lassen wir den noch mal fahren. Aber seht ihr das? Hier hinten sind fast 100 Passagiere wartend. In Riesa sind es nicht so viele. Und das ist erstaunlich, weil Riesa war ursprünglich die größere der beiden Städte. Und deswegen habe ich halt viel in Ueckeritz Zeit investiert, da Infrastruktur zu formen und so weiter. Aber ja, dadurch hat natürlich Riesa jetzt nicht so stark gewachsen dann. Zumindest was hier den Bereich um den Bahnhof angeht. Außerdem gibt es dort zwei Buslinien. Hier gibt es nur eine. Vielleicht muss ich hier auch noch eine ergänzen. Das machen wir aber, wenn hier die ersten... Also... Wie machen wir das denn? Machen wir da jetzt schon eine? Machen wir mit einer kleinen Straße. Die ziehen wir einfach hier rüber. Zack. Oh, 133k. Achso, das würde ein Gebäude zerstören. Das soll es natürlich nicht. 11k. So, das sind schon eher Preise, mit denen wir leben können. Und dann machen wir doch noch mal... Bushaltestellen. Einmal hier. Einmal... Hier. Hier. Und da. So, das sind jetzt ein paar viele, aber es ist jetzt nicht so schlimm erst mal. Straßenfahrzeuge kaufen. Passagier. Kaufen. Kaufen. Achso, nur einen. Okay. Dann machen wir nur einen. Linie zuweisen. Neue Linie. Soll dahin fahren. Dahin fahren. Dahin fahren. Dahin fahren. Und dann dahin fahren. Und das nennen wir Riesa Pass intern 2. Riesa Pass intern 2. So. Da haben wir jetzt erstmal nur ein Straßenfahrzeug. Da bauen wir dann gleich noch ein zweites. Jetzt haben wir das Geld. Straßenfahrzeug kaufen. Kaufen. Linie zuweisen. Riesa Pass intern 2. Zack. Jetzt haben wir zwei Busse, die eigentlich nur hier so rumfahren. Und guckt. Ich habe gesagt, die bauen hier hin. Ich wusste, dass das die hier hin bauen. So. Und jetzt lassen wir den Zug noch einmal fahren und hoffen, dass dann die Kohle reicht, um halt noch so einen Waggon zu kaufen. Passagierwaggon. 155k haben wir gesagt. Was mich ein bisschen stört, ist, dass hier unten nicht weitergebaut wird. So. Aber da müsste ich wahrscheinlich... Das sind Wohnhäuser. Das ist eigentlich okay. Hm. Weiß ich nicht. Also theoretisch könnte es schon weiter bauen. Aber irgendwie... Ich glaube, das Problem war, dass ich in Riesa quasi den Bahnhof am Industriegebiet gebaut habe und nicht am Wohngebiet. Den Personenbahnhof. Aber es ist nicht so wild. Jetzt hier drüben bauen sie ja jetzt Wohnhäuser hin und wir sehen, genug Passagiere sind am Start. Das heißt, wir holen uns jetzt gleich noch einen Waggon. Ich weiß natürlich nicht, warum der Zug so langsam fährt. 25 kmh ist eigentlich... Eigentlich müsste der fahren können... 45 kmh. 45 kmh. Na gut. Vielleicht geht es aber auch stetig bergauf. Müssen wir gleich mal die Rückfahrt beobachten. Ob es bei der Rückfahrt halt auch so langsam ist. Weil jetzt wird er nämlich schneller. Also es scheint doch bergauf gegangen zu sein. Das ist ein nicht zu unterschätzender Aspekt hier in dem Spiel. Das ist mir bei unserem ersten Versuch nicht so aufgefallen. Jetzt ist mir das noch viel mehr aufgefallen, dass die... Guck mal, jetzt ist er nämlich fast auf Maxgeschwindigkeit. Dass die Steigungen tatsächlich sehr, sehr viel ausmachen. So, dann machen wir mal langsam, dass wir auch schneller reagieren können. Reicht das Geld? Ja. Es reicht. Ab ins Depot. Okay, ist er im Depot. In einem Depot ist, machen wir sofort Pause. Zack. Und Zug kaufen. Und Passagierwaggon. Und kaufen. Und Linie zuweisen. Los geht's. So, jetzt hat er nämlich einen Waggon mehr. Und dann müsste er natürlich auch der... Dadurch, dass die Passagiere da sind, müsste er... Es war nicht... Es ist wirklich nicht viel Zeit vergangen hier für diesen kurzen Weg. Müsste er theoretisch jetzt... Anstatt 40 stimmt er 48 auf. Also 8 mehr. Das ist schon... Wird schon ein bisschen mehr Gewinn bringen. So. Wo war er denn so langsam? Hier in dem Bereich war er, glaube ich, sehr langsam. Gucken. Jetzt ist er auf 45. Wer so sagt, weiß nicht weiter. Ich weiß aber weiter. Also wir beobachten das jetzt erst mal. Der muss jetzt so 4, 5 Mal hin und her fahren oder so. Damit man sieht, ob noch ein Waggon ran kann. Also das muss man wirklich immer erst mal ein bisschen laufen lassen. Seht ihr? Jetzt wird hier schon gebaut. Also diese Straße wird jetzt auch so langsam angenommen. Man könnte sagen, wir mal hier noch eine Verbindung machen. Machen wir einfach mal so. Zack. Oh, 29k ist auch relativ viel. Gut, dann lassen wir das erst mal. Können sie sich erst mal hier drum ansiedeln. Und dann hier müssen sie sich noch ein bisschen ansiedeln. Hier ist noch nichts passiert. Hier passiert gerade nichts. Obwohl es hier eine Bushaltestelle gibt. Das heißt also, Leute können dort hingebracht werden. Hier hinten wächst es nicht. Hier zentral wächst es nicht. Obwohl hier eine Bushaltestelle ist. Also da müssen wir... Darf man auch nicht zu schnell sein und mit erweitern und so weiter. Und die Frage ist halt, ob die Industrie halt auch wächst oder ob die sich nur verschiebt an die Stadtränder, wenn man halt quasi keine Produkte in die Stadt bringt. Also wir haben ja jetzt noch nicht angefangen, irgendwelche Rohstoffe irgendwo hinzubringen. Ich hatte mir auch fast... Also ich hatte mir erst überlegt, ob ich vielleicht Viechtach erstmal anbinde, zugtechnisch, bevor ich irgendwie mit Rohstoffen wieder anfange. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die Straße hier rüber nicht gebaut habe. Aber guck mal, hier standen mal Häuser, die sind jetzt weg. Keine Ahnung warum. Könnte man hier noch... Hier könnte man nochmal verbinden. Und hier, so. Ach, schade, nicht möglich. Ja, hier ist jetzt nur ein Haus bisher. Aber es ist ja auch noch nicht lange, ne? Also müssen wir dem ganzen Jahr auch ein bisschen Chance geben, erstmal voll zu werden. So, das ist immer noch auf Vollladen, sehr gut. So, ihr seht also, dass der Gewinn ist in Ordnung hier. Gesamt ist auch Gewinn, obwohl ich fast 100.000 ausgegeben habe für Bauern. Die Zinsen müssen wir halt jetzt erstmal nochmal reduzieren. Also eigentlich müssen wir das Ganze jetzt laufen lassen. Das mache ich jetzt auch. Ich würde sagen, die Folge sollte euch ja erstmal nur zeigen, dass ich neu angefangen habe. Dass es jetzt bedeutend besser läuft. Wenn auch noch nicht ideal, aber ich finde schon bedeutend besser als in der alten Folge. Wir machen eigentlich konstant Gewinn, nicht die Welt. Also wir werden jetzt nicht hier Millionäre, zumindest nicht in den nächsten 10 Ingame-Jahren. Aber es funktioniert, ne? Also warum jetzt hier Minus ist, Betriebskosten, weil ich neue Fahrzeuge gekauft habe für 170.000. Schaut, hätte ich nicht die neuen Fahrzeuge gekauft, wäre das auch im Plus. So, und wenn der Zug jetzt gleich in Riesa ankommt, wird das ja auch ins Plus rutschen. Erstmal nicht viel, aber schon ein bisschen. Genau, also die Folge sollte ich erstmal wieder reinbringen. Und ich werde jetzt erstmal dieses ganze System, so wie es jetzt ist, ein bisschen fahren lassen. Da wird ein zweites Haus gebaut, seht ihr? Ich habe gesagt, die bauen hier hin. Und das ein bisschen wachsen lassen hier. Und mit dem neuen Waggon. Und sobald ich sehe, ob das möglich ist, was gerade gut aussieht, werde ich auch noch einen Waggon an diesem Zug bauen. Und das dann noch weiter wachsen lassen, um dann erstmal Zinsen zurückzuzahlen. Denn die sind relativ hoch. So, jetzt hatte ich euch versprochen, dass das ein Plus ist. Und es ist ein Plus, seht ihr? Ich habe, also diese Passagiertransport funktioniert bedeutend besser als der Materialtransport. Ich denke mal, dafür war, also mit so einem Materialtransport anzufangen, ist das Spiel eigentlich nicht gemacht. Also das kommt sicherlich erst später im Spiel, dass man dann die Industrien und die Gewerbe besser versorgt. Okay, dann an der Stelle, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.